Servus, grüß euch! Wir sind mittendrin im Sommer und diese grausliche Pandemie hat zum Glück gerade eine Sommerpause und deswegen poppen schon links, rechts, oben, unten überall die Konzerte und Festivals auf und die Bands können wieder live spielen und dieses Video richtet sich an die Bands unter meinen Zuschauern und natürlich auch an die Zuschauer der Bands unter meinen Zuschauern und nach dem Intro habe ich da eine Frage an euch. Egal, ob ihr jetzt Musiker seid und in Bands spürt oder ob ihr Zuschauer seid, die diese Bands dann live sehen, mich brennend interessieren, wie wichtig für euch Social Media Werbung für Konzerte ist. Seid ihr alle noch auf Facebook, ist Facebook für euch immer noch die erste Wahl, was Konzerteinladungen angeht, weil wenn man selbst so ein bisschen mit dem ganzen Veranstalten zu tun hat und das hat man, entweder man macht ein Konzert selbst oder man spielt als Band auf einem Konzert, wird man unweigerlich gefragt vom Veranstalter, ob man nicht auch ein bisschen Promo machen kann. Die Facebook ist Facebook Event teilen, ein bisschen Leute einladen, was heißt ein bisschen Leute, am besten das Event einfach über die Kommentare, alle in der eigenen Freundesliste zu diesem Event einladen. Ja, das ist übrigens was, wo ich jetzt draufgekommen bin, das ist mir jetzt während der Pandemie, das habe ich gar nicht so vermisst, dass jetzt einfach eineinhalb Jahre lang keine Schwämme, keine Flut an Event-Einladungen über Facebook kommen ist. Inzwischen findet das wieder statt, es poppt schon wieder auf Facebook überall auf und die Frage ist, ist das überhaupt noch sinnvoll? Ist Facebook oder Social Media alles eine Einladung für Events, macht das überhaupt noch Sinn oder sind die Leute irgendwie schon abgewandert und ignorieren diese Sache? Ich persönlich muss ja beobachten, dass ich mehr Event-Einladungen kriege, ich einfach den Überblick verliere und das dann einfach komplett ignoriere und dann schimpft wieder irgendwer, was, ich habe dich doch eh zu meinem Geburtstag eingeladen, warum bist du nicht gekommen? Ich sage, tu mir leid, aber Event-Einladungen sind bei mir einfach, die sind nicht am Radar, das ist einfach nur ein lautes Geräusch, das ignoriert wird. So weit, so gut, man könnte dieses Spiel möglichst Millionen Leute einladen zu Facebook-Events und dann kurz vor dem Event dieses berühmte Spiel spielen, wo man dann schon schaut, wie viele Anmeldungen, wie viele ungewisse Zusagen sind, wie viele richtige Zusagen sind und das dann schon auf das Konzert hoch interpoliert, was meistens eh nicht funktioniert, weil meistens sind dann die Events, wo dann 200 Leute zusagen, kommen dann eh nur 30 vorbei und teilweise auch umgekehrt, deswegen ist es irgendwie eh überbewertet, finde ich oder ist es überbewertet, beantwortet ihr mir das, ihr habt es so im gesamten geballten Internetwissen, habt ihr da mehr Ahnung davon als ich da, aber das ist eigentlich gerade so die Hauptfrage, das war so die erste Teilfrage, die mich sehr interessieren, aber um was es wirklich geht, in diesem Video ist ein Trend, der mir in letzter Zeit, also in letzter Zeit, generell in den letzten Jahren aufgefallen ist, dass Grußbotschaften für Events von den Bands, produziert werden, das ist eine ganz nette Geste so, der Veranstalter fragt die Band, hey, kommt ihr mir einfach, wenn ihr das nächste Mal im Proberaum seid, das muss nichts besonders sein, macht es einfach mit eurem Handy, hat eh jeder schon ein Smartphone, einfach ein Selfie-Video, wo ihr schnell Hallo sagt zu den Besuchern und das postet man dann auf Social Media, auf Facebook, wenn sich das irgendwie ausgeht, wäre das ziemlich leibernd, wenn ihr sowas macht, schön und gut, das gibt es ja schon länger, dieses Phänomen, nur in letzter Zeit ist mir etwas aufgefallen, dass diese Videos immer aufwendiger werden, teilweise immer besser produziert werden und dass es inzwischen schon so ausschaut, als würden diese von der Band produzierten Promo-Videos für die Veranstalter schon so ein bisschen Voraussetzung werden, das kommt mir schon teilweise ein bisschen vor oder zumindest habe ich die Befürchtung, dass es in diese Richtung geht, dass man in Zukunft, wenn man bei einem Gig zusagt als Band, dass man quasi mehr oder weniger als Voraussetzung, dass man dort überhaupt spielen darf, ein Video produzieren muss in dieser und dieser Qualität, mit diesem und diesem Inhalt und das finde ich ein bisschen bedenklich, weil die Band hat einen Videomagier im Freundeskreis oder in der Umgebung und ich meine, ein Handy, ein wackeliges Handy und irgendwas reingewatschen ist okay, aber wenn dann die anderen Bands super produzierte Kurzfilme abliefern und die eigene Band dann nur so ein wackeliges Handyvideo hat, dann ist das nicht für die eigene Band dann eigentlich für den Wettbewerbsnachteil, weil man dann im Social Media sich denkt, Alter, was ist denn das bitte für eine Band, das ist ja für ein scheiß Video, die andere Band hat ein viel besseres Video, obwohl das ja wieder überhaupt nichts aussagt über die musikalische Qualität, wie gesagt, es ist ja nicht... Video machen ist ja keine Voraussetzung für eine Band, es gibt ja neben Gitarristen, Schlagzeuger, Bossisten und so weiter, was halt da so in einer Band drinnen ist, gibt es ja nicht noch den Video Cutter, also das ist ja kein Bandmitglied, das ist ja keine Voraussetzung. Deswegen sehe ich das ein bisschen zwiegespalten jetzt, in welche Richtung das mit dieser Selbstvorstellung, mit dieser Grußbotschaften geht, vor allem, und das ist jetzt auch was Grundsätzliches, die Promo für eine Veranstaltung ist eigentlich meiner Meinung nach nach wie vor, liegt die in den Händen des Veranstalters. Es ist gut und schön, wenn die Band sich selber auch darum kümmert, dass ihre Fans wo mit hingeschleppt werden, aber im Endeffekt, im Endeffekt finde ich das generell schon eine Unart, dass diese ganze Promoarbeit eh schon seit Jahrzehnten immer mehr auf die Bands abgewälzt worden ist. Ich meine, man braucht nur erwähnen, diese ganzen leidlichen Kartenverkäufe, wo die Bands hunderte Karten verkaufen müssen, und da gibt es Mindestabnahmemengen, damit man überhaupt dort spielen darf und so. Das zeigt ein bisschen davon, dass vielleicht die ganze Live-Szene ein bisschen kaputt ist, wenn die Bands, die Künstler selbst darum sich kümmern müssen, dass ihre Fans wo hin kommen. Das hat wahrscheinlich viele Gründe, die ich da in diesem Video gar nicht näher erläutern kann. Ich persönlich finde aber, dass die Veranstalter selbst eine Sorge zu tragen haben dafür, dass Promo für die Veranstaltung gemacht wird, und dass man das Ganze immer, immer mehr auf die Bands abschiebt und sich als Veranstaltter denkt, ja, ich habe eine Facebook-Page angelegt für das Festival, da habe ich mir schnell einen Flyer zusammengebastelt, den stehe ich auf die Facebook-Page und dann hoffe, dass alle Bands und die Freunde der Bands diese Veranstaltung auf Facebook teilen und dann kommen schon Leute zur Veranstaltung. Bin ich mir nicht sicher, ob dieses Konzept überhaupt noch funktioniert und deswegen auch meine eingehende Frage, ist für euch da draußen Facebook eigentlich immer noch wichtig? Ich persönlich bin zu sehr im Bandwesen drin, im Veranstalterwesen, als dass ich das beurteilen könnte, wie sehr die Facebook-Events wirklich dann beim richtigen Publikum überhaupt ankommen. Oder was zielgerichteter, wenn es Flyern, ganz klassisches, Plakate drucken und neben der Straße aufstehen, bringt das noch mehr als Facebook-Event-Werbung und wenn nicht, wie sollen wir Veranstaltungen dann überhaupt bewerben? Ja, da steckt doch einiges drin in dieser ganzen Frage, komme ich gerade drauf. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr dazu sagt, ihr, die da vielleicht sogar ein bisschen tiefer in der ganzen Materie drinsteckt und basierend auf eure Antworten dann unten als Kommentar, würde ich gerne dann in ein paar Wochen oder was, oder keine Ahnung wann, wenn es sich eben auch gibt, einmal ein Follow-Up-Video auf dieses Video machen mit euren Erkenntnissen und es kommen ja einige Live-Konzerte in der nächsten Zeit wieder rüber, das heißt, es gibt sicher auch die Gelegenheit, dass man mal wirklich live vor über genau dieses Thema redet. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder mit dem heutigen Sommerloch-Video. Ich wollte dieses Thema mal kurz ansprechen, weil ich in letzter Zeit sehr viel darüber nachdenke, ist es immer noch so wichtig, dass man Facebook-Veranstaltungen zuspamt, dass man alle seine 100 oder sogar 1000 oder 8000 Freunde, balkmäßig einlädt, richtig zuspamt mit den Einladungen, bringt es überhaupt was, ist es wirklich notwendig, dass jede Band hochglanz Grußbotschaften für jedes Event, wo sie spielt, abliefern muss, beziehungsweise ist es mandatory, ist es eine gute Entwicklung, ist es eine schlechte Entwicklung und sollten Veranstalter mehr Eigenverantwortung übernehmen beim Promo machen für eine Konzerte oder können sich da ruhig die Bands darum kümmern, so laut nach dem Motto, wenn ihr spielen wollt, dann kümmert euch völlig darum, dass Leute kommen und die euch anschauen. Ja, schwierig, würde ich sagen, aber das soll es auch jetzt wirklich gewesen sein. Danke wieder fürs Zuschauen zu diesen heißen Sommerzeiten und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es euch wieder heißt, Metal, Alter!